Hi Leute, ich begrüße euch heute mal zu einer Vorstellung der etwas anderen Art hier in meinem Wintergarten. Ihr seht, ich bin momentan noch an meinem Schrank am bauen. Es ist mehr oder weniger kurz vor dem Launch des neuen Beckens, des neuen Systems und gestern ist endlich die Technikbox von AquaBee Kurve angekommen, die Easybox 100 und was man mit dem Ding hier alles machen kann, wie sie aufgebaut ist, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja Leute, Easybox 100 von Kurve und hier in Deutschland vertrieben durch AquaBee. Die Box ist eine Acrylbox und ich bin ganz ehrlich gesagt schwer begeistert von dieser, ja von der Box, von der Aufteilung und vom Material. Wir haben hier, ich habe es nur grob jetzt gemessen, ich glaube es sind neun oder zehn Millimeter Material wird hier verwendet, also es ist schon ziemlich schwer und wertig, ist echt heftig und kommen wir einfach mal zu den ganzen Einzelteilen. Ihr seht, wir haben verschiedene Bereiche von überauf. Hier hinten haben wir den Einlaufbereich, also sprich hier hinten befindet sich die Kammer, wo das Wasser reinkommt. Da haben wir zwei Anschlussmöglichkeiten für normalen Einlauf und für den Notüberlauf. Hier sind vorgesehen vom Werk beziehungsweise vom Hersteller 40 Millimeter Durchführung. Ich habe hier 32 Millimeter genommen, weil ich dementsprechend das so in meinem Becken geplant habe. Wenn ihr das hier oben so verbaut, müsst ihr auch die Möglichkeit haben, das Ganze wieder zu öffnen, beziehungsweise wieder dran zu kommen. Das heißt, ihr solltet euch Kupplungen hier zwischen installieren, damit ihr die Verhobung mal abnehmen könnt, um hier dran zu kommen und gegebenenfalls da unten den Bereich mal reinigen könnt. Muss man ja überall mal dran kommen. Nur so als kleiner Hinweis, so werde ich das auf jeden Fall bauen. Ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen und dann geht es hier vorne in einen Bereich, der für Filterung gedacht ist. Wir haben einen ganz normalen Überlauf und hier seht ihr selber schon, hier liegt eine Platte drin. Da kann ich ein Filtervlies reinlegen, wenn ich das möchte. Kann die Kammer natürlich auch für andere Sachen missbrauchen. Aber dafür ist es erst mal vorgesehen zum Filtern und wir haben dann hier unten auf der Seite, blende ich euch auch noch separat ein. Da sind drei Durchbrüche, wo das Wasser dann von dieser Kammer hier in die Hauptkammer reingeht. Sollte das Filtervlies irgendwann mal zu sein, dann haben wir hier oben in dem Bereich auch wieder drei Durchbrüche, wo das Wasser dann hier überlaufen kann als Notüberlauf. Dann kommen wir in die Hauptkammer, wo wir unseren Abschäumer reinstellen können. Da können wir einen Wirbelwettfilter reinstellen, wenn wir die entsprechenden Größen haben und wir haben auch, blende ich euch auch separat ein, einmal unten eine Aufnahme für den Heizstab, den ich da unten einfach nur reinlegen kann. Des Weiteren haben wir hier im hinteren Bereich Sondenaufnahmen, die ich dann dementsprechend, wo ich meine Messsonden reinstecken kann. Hier hinten haben wir Aufnahmen für die Dosierung, wo ich einfach die Dosierschläuche reinstecken kann, sprich die normalen Osmoseschläuche, kann man hier direkt festmachen, wenn man dann die entsprechenden Adapter und Übergänge dafür nutzt. Hier hinten ist ein Kabeldurchbruch, damit das, was ich dann hier drin einsetze, sprich Heizstab, Abschäumer etc. pp., jetzt geht hier das auf, dass ich dann dementsprechend hier mein Kabel durchführen kann. Bei der Hauptkammer haben wir die Maße hier drin, damit man auch ein bisschen planen kann. Ich messe mal eben kurz nach, ich habe es gerade im Kopf gehabt. Innenmaße sind ungefähr 45 an 41 und die Durchreiche hier hat 32 an 33 cm. So, damit man schon mal weiß, was habe ich für Aufstellflächen, wie komme ich mit meinem Material hin. Das ist dann hier die Hauptkammer. So, wir haben dann hier von der Hauptkammer haben wir Schlitze und einen Durchlauf zur nächsten Kammer. Diesen Durchlauf hier können wir genauso wie den Durchlauf von dieser Kammer hier hinten in die Rücklaufkammer in der Höhe verstellen. Da ist dementsprechend was angebracht. Unten haben wir, wie gesagt, noch eine Aufnahme für den Heizstab und hier in der Kammer haben wir auch vorne angebracht eine Zentimeterangabe, damit wir so Pi mal Daumen sehen können, okay, der und der Wasserstand, den möchte ich haben. In der Kammer ist auch noch möglich, den Wasserstand zu verändern und was auch sehr schön ist, ich kann hier zum Beispiel, wenn ich möchte, einen Wirbelbettfilter oder ähnliches reinstellen, wenn er von der Höhe her passt. Und ich sagte, ja, wie machen wir es denn mit einem Kabel, beziehungsweise, ja, Kabel könnte was schwierig werden, je nachdem, aber wenn ihr das Ganze in einem Bypass betreibt, könnt ihr hier hinten durch die zweite Öffnung, die hier hinten noch drin ist, eure Verrohrung reinlegen oder Schlauch, je nachdem, wie ihr das wollt. Und hier und hier oben haben wir durchreichen, damit das Ganze hier dann in die in die Kammer reingeführt werden kann. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, hier einen Wirbelbettfilter reinzusetzen oder was anderes da mitzumachen. So, ihr seht, da haben wir auch noch die Möglichkeit, den Wasserstand in der Höhe zu regulieren und im weiteren Verlauf nach hinten haben wir eine Art Auffang, der dann hier hinten in dieses Becken reingeht. Er ist wahrscheinlich dafür gedacht, dass ich davor nochmal hingehe und dementsprechend Filterschwämme oder ähnliches reinlegen kann. Wenn ich die so anbringe, dass die bis zu einer gewissen Höhe hier vor der, ich sag mal genau in diese Aufnahme reinpasst, blende ich euch auch nochmal ein, dann habt ihr das, die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn dieser Schwamm jetzt voll sein sollte, wenn ihr den Filterschwamm einsetzen wollt, noch dazu, dann, wenn er voll sein sollte, dann läuft es dann über den Schwamm drüber. Das ist die nächste Möglichkeit. Und zu guter Letzt haben wir natürlich die Rückförderkammer. Und hier haben wir auch noch eine kleine Besonderheit. Hier ist nämlich auch schon vorbereitet, hier hängt der entsprechende Schlauch schon dran. Die Nachfüllung per Schwerkraftsystem, blende ich euch ein, haben wir hier vorbereitet. Wir haben zwei Eingänge. Wir haben hier nochmal eine Bohrung für den Schlauch, den ich dann da hinten durchführen kann. Und nochmal dementsprechend Kabeldurchführung für das, um die entsprechende Elektrik hier drin zu versorgen. Ja Leute, alles in allem sind das erstmal die Rohdaten. Und ich werde jetzt auch hier weiterbauen und basteln. Und wir schauen uns das Ganze dann an, wenn es im Schrank verbaut ist, wie ich das gelöst habe, wie es funktioniert, wie es im Betrieb ist, wo ich was positioniert habe etc. Kommt dann, ich sag jetzt mal, in einem, mache ich dann jetzt in ein oder zwei Tagen später, wenn das Becken dann steht, wird dann hier mit reingeschnitten und dann machen wir dann an dieser Stelle weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, nach diesem kleinen Rundflug jetzt über die saubere Box, die halt noch nicht eingebaut war, sind wir jetzt, ich sag mal, beim fertigen Endergebnis. Die Box ist verbaut, ist in Betrieb und ihr seht, ja, ich habe den Platz optimal genutzt. Ich habe tatsächlich hier im Filterbereich, wenn man den nicht nutzen möchte, wenn man keine Watte reinpacken möchte, sollte man die Einlage rausnehmen. Die ist dann von der Akustik her, ist das definitiv besser. Es ist soweit alles verlegt. Ich mache euch auch nochmal separate Detailaufnahmen, wie es jetzt hinten mit den Anschlüssen aussieht, wie ich jetzt hier hinten die entsprechenden Anschlüsse verlegt habe für die Dosierung. Schläuche sind verlegt worden, hier separat, hier mit den Durchreichen, das ist wunderbar gelöst. Hier vorne hatte ich wie angedroht meinen Wirbelbettfilter, den neuen reingesetzt, der hier auch über den Bypass dementsprechend versorgt wird. Genau das gleiche Spiel auch mit der UVC. Die wird auch via Bypass versorgt. Das ist definitiv eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Alles in allem ist natürlich jetzt dadurch, dass ich keine aktive Filterung einsetze, hier und da schon Dreck hier drin. Da werde ich nochmal zusätzlich eine Pumpe einsetzen wahrscheinlich, die den Dreck verwirbelt, damit er in den Abschärmer rein kann. Und ja, alles in allem, die Box ist definitiv dicht. Also sie sind ja auch im Vorfeld, bevor sie ausgeliefert wurden, überprüft worden. Also jede Box hatte im Vorfeld schon mal Wasser gesehen. Wie gesagt, sie ist extrem gut verarbeitet. Wie gesagt, hier ist diese schöne, saubere Kanten. Da kann man ohne Probleme drangreifen. Das Material, was hier benutzt wurde, ist auch wirklich extrem dick. Selbst hier für die Deckel, dass sie sich nicht verziehen und alles. Die Art und Weise, wie die Kammern verschlossen werden, dass man halt einfach nur die Schrauben verdreht und dann das nach vorne schiebt oder nach hinten, um die Kammer zu öffnen, das ist definitiv sehr, sehr gut gelöst. Einfach einsetzen, nach vorne ziehen, verschrauben, fest ist es. Ja, und ihr seht, ich habe jetzt hier meinen Wasserstand ungefähr bei 23 cm. Das ist dann so auch der Standard, den ich hier für den IS 200 brauche. Ihr seht, der holt momentan ganz gut raus. Ich habe die Düse unten verändert, beziehungsweise nicht verändert, sondern ausgetauscht gegen eine, wo ich dann dementsprechend auch Ozon mit ranbringen kann. Das Ozon wird hier hinter mir dementsprechend abgegriffen und alles in allem mit den Kabeldurchführungen etc. Das ganze Kabelmanagement, ihr seht, das ist sehr schön gelöst von denen. Man kann es gut, ich sage es mal, dahinter verstecken. Man hat nichts, was einem jetzt hier großartig im Weg hängt und ja, das finde ich äußerst gut gelöst. Schauen wir mal, wie das sich Ganze im weiteren Betrieb jetzt hier herauskristallisiert. Ich hatte eben in der Vorschau hier hinten zu dieser Filterkammer noch die entsprechenden Maße abgegeben. Ich denke, mit ein kleines bisschen Bastelei sollte es möglich sein, dass man hier wahrscheinlich einen kleineren Fließfilter reinsetzen kann. Weiß ich nicht, ich habe die Maße jetzt nicht im Kopf, die für den Fließfilter notwendig sind, aber das wäre wahrscheinlich möglich. Auch der Durchgang von hinten dürfte ausreichend groß sein, wenn ihr da hinten mal schaut, je nachdem, welche Tankdurchführung ihr benutzt, um mit dementsprechend mit einer Verrohrung nach vorne zu kommen, an den Fließfilter ran. Das sollte meiner Meinung nach möglich sein. Es ist nicht so, dass man jetzt hier in der Box einfach mal reinhängen, anschließend wohlfühlen. Da muss ein kleines bisschen gebastelt werden. Das ist aber das kleinere Problem. Was ich auch noch sagen wollte, hinten der Sicherheitsschwimmer beim Wasserstand, der lässt sich auch mit einer Pumpe betreiben, also nicht nur mit einem Schwerkraftsystem. Ich habe das hier mit einer Pumpe gelöst, 12 Volt, weil ich hier auf der rechten Seite dahinter habe ich einen 80 Liter Wassertank stehen und von da aus wird rüber gepumpt. Das geht auch. Also könnt beide Systeme, ein Schwerkraftsystem, was natürlich dann höher stehen muss, wie dieses Technikbecken oder auf gleicher Höhe einen Wassertank, wo ihr dann aber die Problematik teilweise haben könntet, aufgrund des Wasserstandes hier drin, des niedrigeren Wasserstandes, dass ihr für eine Entlüftung an der Zufuhr sorgen müsst. Aber alles in allem, ja, das Ding läuft. Es ist gut eingestellt. Der Abschäumer legt auch gerade nochmal eine Schippe drauf, habe ich gesehen. Also alles in allem ist diese Easybox 100 ein durchdachtes Ding. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt einige Sachen, die man vielleicht nicht braucht, aber dafür ist es auch, ich sage es mal, preis- und leistungstechnisch definitiv günstiger als andere Hersteller am Markt. Da werde ich auch dementsprechend, glaube ich, noch Preise einblenden können, sofern sie mir zum jetzigen Zeitpunkt im Laufe der Woche bekannt werden. Fakt ist, es ist alles durchdacht. Man kann sehr, sehr gut damit arbeiten. Ich bin vom Material her überzeugt. Ich habe auch schon Boxen von anderen Herstellern gesehen und diese Box ist, ich sage es mal, dafür, dass es eine Systembox ist. Es ist ja keine individuelle, es ist eine Systembox. Ist die äußerst gut gelungen. Ich finde die sehr gut. Passt natürlich hervorragend hier in mein Konzept, auch wenn ich den Schrank um die Box herum gebaut habe und nicht anders. Aber Fakt ist, sie ist definitiv, ja, in meinen Augen sehr hübsch, funktional, ganz wichtig. Sie ist sehr funktional und tut, was sie soll. Und wer das Geld in die Hand nehmen möchte, um sich sowas reinzustellen, da macht er definitiv nichts mit falsch. Ja, genug gequatscht, würde ich sagen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze hier im weiteren Verlauf entwickelt. Ihr seht das Ganze auf meinem Kanal, in dem neuen Tagebuch vom Shallow. Das Shallow wird das neue Tagebuch heißen. Und da werdet ihr auch weiterhin Informationen über diese Box, über den Abschäumer, über das gesamte System bekommen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Ja, und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.